Guten Morgen, die Herren, grüßt euch. Es ist ein Zasche-Montag, das gibt's ja nicht erst. Jetzt können wir nicht alles an, meine Herren. Jo, Wichsals Plan ist, er hat keinen. Jo, schauen wir dann zu einer Frau von mir. Sie ist rausgekommen. Kommt rein einmal, meine Herren. Kommt rein, Bursche. Der wird gefragt, trinkt's Buam, trinkt's ein Bier. Hätt nicht gearbeitet. Oh, Scheiße. Jetzt könnt ihr mit uns eins mittrinken. Schaut, meine zwei Freunde sind da. So, der Osterhaus, der Bauer, der schaut immer so deppert und so sauer. Aber sonst ist es nicht so wild, aber jetzt lege ich seine alte Bolten nieder. Wie wir heute die Frau treffen, die Dame, und ich lass mich überraschen. Ist deppert, muss ich ein paar paschen. Wir sind wild, das alte Krokodil. Prost, das ist auch eine gescheite Sache. Wie blöd sind die Dämonen. Ich sag's ehrlich. Wir drei sind keine Musikanten, wir sind nur Tschecheranten. Schaut einmal an, dann sieht man's eh schon an. Ich trinke nix aus kleine Tosen, weil so eine kleine Tose ist halt gar nicht an. Der kleine Bua. Mein Psychiater ist Schwechatter. Nein. Ich bring halt den Blumenstrauß. Als Überraschung, oder? Ja, als Überraschung. Und ich hoffe, dann sieht sie sich aus. Und dann werde ich einen gleipern, und ich hoffe, ich darf es wohl peipern. So. So.